Tiki-Taka, oder? Das Lexikon des modernen Fußballs. L wie letzter Einsatz. Wenn es einer weiß, dann Gerald Asamoah. So ein bisschen Fußball geht in der Regel nicht. Zwischen Kreisklasse und Champions League ist der ganze Einsatz gefragt. Der volle Einsatz. Der letzte Einsatz. Nicht, dass es hinterher wieder heißt. Wir haben heute wie Muschis gespielt. Kleine, zarte, vorsichtige Kätzchen, meinte der Herr eben. Nur, dass wir uns richtig verstehen. Im Fußball geht's mit offenem Visier immer um alles. Bis die Socke qualmt, ohne Rücksicht auf Verlust. Wenn man sieht, bei uns in der Kabine in der Halbzeit kam mir vor wie in so einem schlechten Krieg-Film. Der eine hat am Knie, der andere am Schulter. Wäre ja noch ein Ellbogen und ein Knöchel übrig gewesen. Bei der Jagd nach Punkten muss zwingend um jeden, ja, jeden Ball mit letztem Einsatz gekämpft werden. Nur ein bisschen probieren und dann aufgeben ist nicht. Eine Spezies, die das genau weiß und ab und zu dezent einfordert, ist die der Trainer. Dieses blöde war's das. War's das? War's nie. Es ist erst dann zu Ende, wenn wir im Grab liegen. Jo, und bis dahin gibt's für die ganz tapferen, die den letzten Einsatz nachweisen, zur Belohnung schon mal einen Sitzplatz in ersten Rang. Und wir, ein paar Reihen dahinter, nehmen uns ein gutes Beispiel. So, will er runter? Auch als Fan ist der letzte Einsatz gefragt, bis die Puste alle ist. Abonniert. 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 Abonniert.